Schabbat Shalom Ich werde heute sehr ungewöhnlich predigen. Es wird mehr Informationen sein. Und die Schlussfolgerungen könnt ihr euch dann selbst machen. Womöglich. Wenn es möglich für euch ist. Wenn nicht. Dann können wir zusätzlich später darüber sprechen. Ich werde heute über die Beschneidung sprechen. Ja, die Frauen können jetzt aufstehen und gehen. Ich werde jetzt nicht beschreiben, wie eine Beschneidung verläuft. Und ich werde jetzt auch keine delikaten Fragen oder Geschehnisse erklären, die unter der Gürtellinie liegen. Aber ich würde gerne mit euch das erste Buch Mose aufschlagen. 17. Kapitel Das ist das erste Mal, wo wirklich sehr ausdrücklich zu Mose gesagt wird, dass es eine Beschneidung geben muss. Lasst uns vom 9. Vers an lesen. Bis zum 14. Das ist das erste Mal. 8 дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 14. 15. 16. 15. 15. 16. 15. 19. 16. Das ist ganz normal. Zweimal hat Gott das gesagt. Und zweimal lesen wir, dass Abraham es getan hat. Hier sind einige Beobachtungen diesbezüglich. Das erste. Das wurde Abraham gesagt. Und er als das Haupt der Familie. Er hat es getan. Also das Gebot wurde dem Haupt der Familie gegeben. Und von Generation zu Generation wird es dem Haupt der Familie gegeben. Die nächste Beobachtung. Es sieht aus, als wäre es ein wichtiges Gebot. Ein Zeichen des Bundes. Wer nicht beschnitten wird, der wird ausgerottet werden. Interessanterweise, später in der Geschichte Israels, sehen wir in der biblischen Geschichte keine Bestrafung wegen der Nichtbeschneidung. Oder eine sehr strenge Bestrafung. In der Bibel lesen wir das nicht. Für vieles verurteilt Gott die Juden. Für unterschiedliche Sünden. Für unterschiedliche Vergehen. Für Probleme. Aber nicht für das Nichtbeschnittensein. Als das Volk Israels aus Ägypten gezogen und durch die Wüste gewandert ist. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Juden keine Bestrafung getan haben. Also sie waren nicht beschnitten. Die Väter haben nicht das getan, was sie eigentlich verpflichtet waren zu tun. Und sie haben sich auch überhaupt nicht drum gekümmert. Wenn ich das erste Buch Mose, das 17. Kapitel lese, würde ich eigentlich sagen müssen, das ist doch nicht richtig. Das ist eigentlich Grund genug, dass Gott dazu etwas sagen müsste. Er hätte sich darüber, ja, verwundern können. Er hätte sagen können, ihr geht nicht in das verheißene Land ein, weil ihr euch nicht beschneiden lässt. Ich führe euch nicht in das verheißene Land, weil ihr die Beschneidung nicht macht. Folglich also seid ihr auch nicht Teil meines Volkes. Ihr müsst ausgerottet werden. Aber Gott sagt das nicht. Er sagt, ihr werdet nicht hineingehen wegen des Unglaubens. Und deswegen, weil ihr nicht an dem Zeitpunkt in das Land gehen wolltet, als ich es euch aufgetragen habe. Weil ihr euch gefürchtet habt. Weil ihr euch gefürchtet habt. Wenn in der Zeit jemand Probleme hatte, Dann war das zum Beispiel, weil der Schabbat nicht eingehalten wurde. Oder Gott gelästert wurde. Oder Bunt против Moisea. Oder gegen Mose rebelliert wurde. Solche Vergehen gab es, und das war schon sehr ernst. Die Beschneidung haben sie nicht getan. Aber kein einziges Mal hat Gott sich dazu geäußert. Also diese Generation, die in das verheißene Land einziehen sollte, war nicht, war unbeschnitten. Das war dann, dass Gott gesagt hat, dass alle beschnitten werden sollen. Aber in der Tora, im 5. Buch Mose, spricht man überhaupt nicht darüber. Oh, entschuldige, da wird über Beschneidung gesprochen. Aber über die Beschneidung des Herzens. Stellt euch vor, vor Gott steht eine unbeschnittene Generation der Juden. 17. Kapitel 1. Buch Mose. Gott hätte etwas sagen müssen, bezüglich der Beschneidung. Aber er hat es nicht ein einziges Mal erwähnt. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, in der euer Herz beschneiden werde. Also da wird über eine andere Art von Beschneidung gesprochen. Es macht den Eindruck, als würde es Gott nicht interessieren, was an ihrem Fleisch geschieht. Aber hier ist es doch so ernsthaft betont worden. Er ist doch sicherlich, in den späteren Generationen. Vor allem in den Zeiten Hanukkas. Dann hat die Juden dieses Bewusstsein der Wichtigkeit der Beschneidung. Und heute immer noch daraus, was ich sehe. Wir überprüfen, wir überprüfen, wir überprüfen, wir geben eine viel zu große Bedeutung der Beschneidung. Bольше, чем на самом деле, ob этом говорится in der Bibel. Eine größere Bedeutung, als es in der Bibel eigentlich geschrieben steht. Aber nicht nur das. Die Juden haben keine Feste gefeiert. Sie haben zum Beispiel Sukkot nicht gefeiert. Oder andere Feste. Wir lesen das in der Geschichte Israels, in der biblischen Geschichte. Und Gott hat deswegen keine Vorurteile gehabt. Aber heute ist es aber ein sehr wichtiger, bedeutender Teil der Markierung, dass man ein Jude ist. Also all diese äußerlichen Erscheinungen. На плоти. Auf dem Fleisch. Kalendare. Im Kalender. В Pische. Im Essen. Они приобрели за последние 2000 Jahre намного больше, более важное значение, чем на самом деле было в Торе. Haben eine viel größere Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren, als das, was eigentlich in der Tora geschrieben steht. Und ich sage nicht, dass es unbedingt schlecht ist. Es ist gut. Es ist richtig. Aber manchmal verschiebt es oder lenkt es uns eigentlich ab von dem, was Gott uns sagen möchte. Man nimmt an, dass in der Zeit, als Gott zu Abraham gesprochen hat, mindestens die Juden, die das geschrieben haben, haben angenommen, dass in der Zeit niemand beschnitten war. Und Abraham musste aus diesem Grund sich aussondern oder ganz anders sein. Er musste sich aussondern und genauso alle anderen, die mit ihm gelebt haben. Das sind alles sehr wichtige Gebote. Aber wenn ihr Tanakh lest und die Propheten, die Israel für irgendwelche Vergehen überführen oder ermahnen, dann ist es meistens nicht das Unbeschnittensein, nicht das Unbeschnittensein, das Nicht-Einhalten der Feste und nicht das Essen. Das sind ganz andere Eigenschaften. Das sind ganz andere Eigenschaften. Und eine ganz andere Art und Weise des Benehmens. Wenn ihr in den Propheten lest, worin seht ihr das Problem Israels? Poklonение другим Богam. Götzendienst. Отsutствие любви к ближнему. Dass der Mangel an Liebe zu seinem Nächsten. Отsutствие Zаботы о тех, кто нуждается. Dass der Mangel von Fürsorge an diejenigen, die das brauchen, bedürftig sind. Das ist das, was das Grundlegendste war. Die Prioritäten. Und das ist das, worüber Jeshua gesprochen hat und die Aposteln. Paulus wurde von Menschen nicht verstanden. Er war ein bisschen anders als die Juden seiner Zeit. Man hat ihn missverstanden und gedacht, er tritt ein, damit man sich nicht mehr beschneiden lässt, keine Feste des Herrn mehr feiert. Er wurde beschuldigt, die Juden dazu aufgerufen zu haben, alles Mögliche zu essen. Man hat ihn nicht verstanden. Vielleicht sitzt ihr gerade hier oder am Internet, hört zu. Und vielleicht versteht ihr das gerade auch so, dass ich sage, man soll sich nicht mehr beschneiden lassen und so weiter. Und man darf alles Mögliche essen. Und ich bin gegen die Feste des Herrn. Oder, dass sie nicht wichtig sind. Nein. Offensichtlich, natürlich ist es wichtig, denn Gott hat es gesagt. Aber das ist kein grundlegendes Kriterium. Joshua war nicht gegen die jüdische Tora. Moschee war nicht gegen die jüdische Tora. Die Propheten waren nicht gegen die jüdische Tora. Gott selbst war nicht gegen die jüdische Tora. Es ist der Gott, der gesagt hat, ich brauche euren Opferdienst nicht. Ich brauche eure Feste nicht. Ich hasse eure Neumonde. Das alles brauche ich überhaupt nicht. Warte mal her. Das hast du uns doch gegeben. Das hast du uns gegeben. Ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Ihr habt vergessen, was wichtiger ist. Ihr habt vergessen, was wichtiger ist. Ihr habt vergessen, dass Gott Liebe und Barmherzigkeit möchte. Dass Gott Menschen liebt. Und wir müssen sein wie er. Wir müssen ihn lieben und unseren Nächsten. Und noch eine Beobachtung hier. Wer war hier beschnitten? Abraham und alle, die in seinem Haus waren. Was wissen wir darüber, wie die Geschichte weiterhin verlief? Hier, in dem gleichen Kapitel, Gott sagt Gott etwas über einen Sohn, der geboren werden soll für Abraham. Und er sagt, In diesem Sohn wird der Same sein. Der Sohn, der von Sarah geboren wird. Nicht Ismael. Auch nicht alle anderen, die in seinem Haus waren. Nicht die, die in seinem Haus geboren wurden. Und auch nicht diejenigen, die von fremden erkauft wurden. Die Verheißung der Samer des Bundes und des Segenens. Das ist die Nachkommung des Bundes. Das muss in Isak sein sein. Und dann in Jakob. Diejenigen, die hier beschnitten wurden von Abraham. Die waren keine Juden. Und die sind auch nicht zu Juden geworden. Warum hat er sie überhaupt beschnitten? Das ist wirklich eine Frage, die mich beschäftigt. Warum? Die waren gar nicht Israel. Ismael никогда nicht Israel. Ismael wurde zu keinem Juden. Ему wurde versprochen, dass von ihm zwölf Fürsten entstehen werden. Und ein großes Volk. Schaut mal im 20. Vers. Im 17. Kapitel. Ich habe dich gehört. Ich habe dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird zwölf Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Das ist das gleiche, was über Abraham gesagt wurde. Das ist das gleiche, was über Abraham gesagt wurde, richtig? Hier, in dem gleichen Kapitel wird gesagt. Nur über Abraham wird gesagt, dass du 12 Könige werden. Zu Abraham wurde gesagt, du wirst zwölf Könige. Könige? Er wird zwölf Könige. Er wird zwölf Könige. Vielleicht liegt darin ein Unterschied, vielleicht, aber auch nicht. Aber Abraham wird gesagt, dass von dir ein großes Volk entsteht. Und über Isaac wird gesagt. Aber über Isaac wird das gleiche gesagt. Das ähnelt sich sehr. Aber schaut im 21. Vers. Mein Bund aber will ich mit Isaac aufrichten, den dir Sarah gebären soll. Dieses aber. Bei Ismail wird alles in Ordnung sein. Aber die Linie des Bundes wird durch einen anderen geschehen. Hier wird eine sehr klare Entgegenstellung gemacht. Von Ismail und Isaac. Warum hat Abraham Ismail beschnitten und darüber wird noch gleich zweimal gesprochen. Er hat gar nicht dazu gehört. Und wird es auch nicht sein können. Und noch etwas. Wieso musste man diejenigen beschneiden, die man mit Gold erkauft hat? Für Silber. Das ist kein großer Unterschied. Denn sie sind nie unter diesen Bund gekommen. Und sie haben auch nie dazugehört. Sie waren von Fremdlingen. Aber Abraham selbst wurde beschnitten. Aber er hätte sich einfach nur Abraham beschnitten. Und das wäre es. Und dann hätte er Isaac beschneiden können. Und so weiter. Hier wird aber über diejenigen gesprochen, die mit ihm gewohnt haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage gestellt habt. Ich habe ganz viele Kommentare zu dieser Frage gelesen. Und es ist unglaublich, wie viele unterschiedliche Meinungen es dazu gibt. Ich würde gerne jetzt noch zwei weitere Stellen aus der Tora lesen, die uns vielleicht womöglich helfen könnten, etwas zu verstehen. 12. Im 12. Kapitel. Aus dem 2. Buch Mose. 43. Stich. Im 43. Vers. bis zum 50. Vers 2. Vers 2. Vers 2. Vers 2. Vers 2. Vers 4. Vers 4. Vers 4. Vers 5. 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 Vers 6. Vers 5. Vers 6. Vers 6. Vers 6. Kapitel. Levit 22, 10. Stich, 13. «Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то этот может есть святыню. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет за мужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его». «Вом 10. Vers ан. Интересно. Что мы здесь наблюдаем? «Тот, кто наемник, кому платит, тот, кто работает у тебя, он не может есть святыню. Если дочь выходит замуж, она не может есть святыню, кто может есть?» «Священник, рабы купленные за серебро, и дочь, если она возвращается к отцу». «Вы можете обратить внимание на особый статус вот этих купленных за серебро». «И можете обратить внимание на особый статус вот этих купленных за серебро». «Священник» 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 «Он имеет доступ к святыне». «Он имеет доступ к чему-то очень святому». «Он имеет доступ к чему-то очень святому». «И не обязательно будучи священниками». «И не обязательно будучи священниками». «Но они прикасаются к чему-то особому святому». «Но они прикасаются к чему-то особому святому». «Когда евреи едят Песах». «Мы выходим из Египта». «И это тоже жертва, это мирная жертва». «И мы прикасаемся к чему-то святому». «И те, кто с нами к этому тоже, и те, кто живут, с нами к этому прикасаются». «И те, кто с нами к этому тоже, и те, кто живут, с нами к этому прикасаются». «Авраам». «Абраам». «Когда он обрезался». «Als er sich beschneiden lieс». «Потому что Бог ему сказал». «Weil Gott es ihm beauftragt hat». «Он стал своего рода другим». «Er ist ein anderer geworden». «С ним был заключён завет». «Мит им wurde ein Bund geschlossen». «Ни с Исмаилом». «Ни с купленными за серебро». «Ни с купленными за серебро». «Ни с рождёнными в его доме». «Ни с Авраамом». «Ни с Евг nartein». «Ни с Авраамом», «но все, кто жили в его доме». «Абраам». «Ом rapidity», «в Gyв Und deshalb sollten sie beschnitten sein. Wie sieht es aus mit der nächsten Generation der Knechte, die erkauft werden mit Geld? Nehmen wir mal an, Abraham ist nicht mehr da. Müssten sie weiterhin beschnitten werden? Nein. Weil ihnen nichts verheißen wurde diesbezüglich. Gott hat sich nie gewandt an einen Fremdling, der nicht vom Samen Abrahams stand. Und er hat nie zu denjenigen gesagt, du musst dich beschneiden. Beschnitten werden mussten nur diejenigen, die im Haus lebten. In diesem gegebenen Zeitpunkt. Ich habe gesagt, ich werde euch Informationen geben. Ich habe euch die Informationen gegeben. Was ihr damit tun werdet, das überlasse ich euch. Und das ist die Sache Gottes. Aber ich kann diese Predigt, die heutige Predigt, nicht beenden. Ohne das mit Jeschua in Verbindung gebracht zu haben. Ohne die Beziehung zu Jeschua gibt es keine Vollkommenheit und keine Fülle. Denn in ihm ist die ganze Fülle. Die Fülle Gottes. Die Fülle Tora. Die Fülle des Lebens. Alles ist in Jeschua. Wenn wir das Neue Testament lesen. Wissen wir, dass Jeschua für unsere Sünden gestorben ist. Und er wurde begraben. Er wurde begraben. Er ist von den Toten wieder auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Er wird wiederkehren zu uns. Aber als ich heute diese Stellen aber gelesen hatte. Und als ich diesen Ausdruck gelesen habe. Erkauft mit Geld. Ich erinnere mich, was in den messianischen Schriften in dem Neuen Testament geschrieben steht. Über Jeschua und über uns. Ihr seid erkauft worden zu einem hohen Preis. Der Preis war das heilige Blut Jeschuas. Deswegen preist den Herrn in euren Fleisch und in euren Seelen. Jeschua ist in den Himmel gefahren. Jeschua Und der Vater sind eins. Er ist verbunden mit dem Allerheiligsten. Er ist der Allerheiligste. Und er hat uns erkauft. Nicht nur für Geld oder Silber, sondern mehr als das. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Damit wir Mitglieder seiner Familie sein können. Die Mitglieder seines Hauses. Deswegen sind wir, nennen wir uns, Kinder Gottes. Erinnert ihr euch daran, wie das damals mit Abraham war? Er kauft. Dann sind sie im Haus. Selbst aus anderen Stämmen. Erinnert ihr euch an das Pessach und den Auszug aus Ägypten? Er kauft. Gehören sie in das Haus. Und sie ziehen aus Ägypten. Erinnert ihr euch an den Priester und das Heilige? Er kauft. Kommen sie in Berührung mit dem Heiligen? Jeschua hat uns erkauft. Wir gehören ihm. Wir gehören dem Haus Gottes. Und deswegen, wir nennen sie, übrigens nennen wir uns, Messianisch. A na griechischem, Christianoi. Was auf Russisch oder auf Deutsch als Christen bezeichnet wird. Dieses Wort, was auf Griechisch bedeutet. Damachatsi, oder die, die принadlежат, dem Haus Angehörige. Dem Haus des Messias. Erinnert ihr euch daran, mit welchem Preis und zu welchem Haus wir gehören. Er liebt uns. Er liebt dich. Und er hat dich erkauft. Wir gehören ihm. Wir gehören dem Messias. Und gemeinsam mit ihm kommen wir in Berührung mit dem Heiligen. Und kommen wir in Berührung mit der Ewigkeit. Amen.